so willkommen zurück bei left for the 2 wir befinden uns jetzt immer noch im dunklen karneval und an meiner seite ist nach wie vor der sascha alle leute alles ja und ich habe auch die ehre noch ein noch jemand anzukündigen das ist der anton das ist fred ich mal um wenn ihr damit immerhin sieht dass es krumme monster warum das ist anton und ich möchte auch noch jemanden vorstellen dass es hier dieser schwarze dicke und der ist kurz kurz durch morgen hallo ne der muss grad gucken waren wann die mit neid weiter spielen als würde sich um hallo kurz woran die nur hin wir haben da er hat erhielt das kratzer noch verkauft und groß er hat er macht die tür auch wieder zu vielleicht sind die zum bisher gegen die tür wenn man schon schlechter scherz war Geh weg von mir. The Screaming Oak. Cool. Und das führt zu den Dixies-Klo. Dixie-Klo, Dixie-Klo, genau. Was denn? Was denn? Guck mal, das sieht doch lustig aus hier. Hier steht The Screaming Oak. Wo führt es hin? Zu den Dixie-Klo. Hunter, mach mal langsam, wir spielen zusammen. Ja, wir haben kein Problem. Soll ich dir helfen? Ja, aber wir wussten nichts. Nicht nur ein Hunter stürzt sich auf Anton. Jawohl, ich hab eine Lieblingswoche, ich hab die Magnum. Komm, hau die Erdnuss. Wo ist der Hammer? Du musst draufschlagen. Womit? Warte. Nicht schlecht. Nicht, glaubst du, da musst du mit einer Schlafwaffe draufschlagen. Wenn du mit einem Baseball schlägst oder so. Wo ist eine Axt? Wir liegen da überall immer extra rum. Nee, ich hab jetzt das Schlaf genommen. Ich möchte einen Cold Drink. Gib mir einen Cold Drink. Mit dem man ein Kleingeld. Komm, Anton, ich geb einen aus. Was möchtest du haben? Komm, Anton, ich bin einfach ganz schwer. Ein blaues, ein grünes oder ein nilandes? Und vielleicht ein gelbes? Die gelbe Limonade. Okay. Oh, warte, ich hab einen Smoker. Ich muss die Nummer eingeben. Das geht nicht. Das wäre der, hab die 1. Achtung, Charger. Komm, wir setzen uns in die Autoscooter und hauen den um. Jawohl. Mal sehen, wer besser rammen kann. Oh nein. Witch, jetzt schon? Hm. Warte, 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 warte. Wo ist die Taschenlampe aus? Oh. Warte, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Guck weg, guck weg. Da. Ja, ich brenne. Genau, Anton, du bist mein Schätzchen. Hab ich sie gegriffen? Na, sie ist so hier gleich noch lang gelaufen. Oh, Wollsch, das war doch eine richtig heiße Nummer. Oh, weg. Ja, das hast du wohl. Das ist Flubber, 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 Flubber. Genau, Flubber, Mann. Boah, der kann, der kann hier drüber klettern. Oh, das ist doch nicht immer ich, immer ich. Ja, du bist ja der Neue hier. Und mich hat jetzt ein Jockey angegriffen. Was, meine Macht noch nicht erstickt, weil ich ein Wichser. Ich glaube, je mehr Spieler mitspielen, desto mehr Infizierte kommen auch, ne? Kann sein. Ob hier Hild noch irgendwas zu finden ist, was man brauchen kann? Oh, yeah. Kau den Lukas. Ne, das ist, äh... Wir kommen jetzt damit, der wettt. Nein, nein. Zählt das? Ja, geht. Sieben Punkte. Acht Punkte. Na, so. Neun Punkte. Scheiß Dingeln. So, weiter. Continue, es geht weiter, es geht weiter. Hier kommt ein Hunter, ich muss aufpassen. So, da steht Continue. Achso. Neues Geld einwerfen war. American Burger, Coach, hast du Hunger? Mmm, Burgers. Ja, komm her, Hunter. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Ich will den Schreiner, ich sehe ihn nicht. Das war ein Spitter, Mann. Da ist der Hunter, 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 Hunter. Wow. Oh, mein Gott. Und... Pass mich nicht an, Mann. Ich versteck mich hier. Hier kommt der... Oh, verdammt. So, cool, cover me. Ich hätte eine Magnum gegen Magnum. Hat nicht bei einem Tank eine Chance. Moment, vielleicht wird das mal hoch. Hier ist ein Zombie. Oh, das war so. Und ich brauche eine neue Waffe. Liegt hier irgendwo eine Waffe? Ähm, nein. Doch, hier ist noch mein Schwert, hier ist noch mein Schwert. In Grantana, oder wie? Grantana, ja. Grantana. Ich möchte aber lieber ein Sturmgewehr, oder... eine Shotgun, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, Jockey, Jockey. Au, ha, 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 ha. Alter, auf der anderen Seite, ist der Ziel geworden. Lol, da hinten war eine Tür. Habt ihr voll übersehen? Na ja. Ja, hier haben wir mal wieder eine Shotgun. Obwohl ich mir meine Sachen habe. Ich war auch schützengewehr. Das haben wir hier in einer Brechstange. Ich glaube, ich habe gerade schon wieder eine Witch geholt, oder halluziniere ich gerade. Eine was? Eine Witch. Hier könnte ein Smoker sein. Hier ist auch bloß ein Buben. Ich kann mir aber gut denken, dass hier irgendwo ein Smoker ist. Ja, wäre gar nicht mehr so abwegig. Willkommen langsam auf das Ende, du. Ich habe bis jetzt dann die... Oh, die Lukas. Hahaha. Ich will da hoch. Ich will euch ein Charger. Hey Charger, es geht. Soll, er liegt noch. Mann, oh, ich wollte ihn anzünden. Runter mit euch. Wow, wow, wow. Wo ist er hin? Da ist er doch. Oh. Let's get it on. Let's get it on. Der ist komplett größer, so heißt. Moment. Das hat mir auch nicht gefallen. Noch nichts drauf, wenn haben wir eben die Benzinkanz-Liebricht oder so? Ach komm. Alles drauf, let's get it on. Nein. Komm ich hier oben, komm ich so an die Munition dran? Ja, super. Ey, lass mich auch hoch. Ich möchte auch hoch. Hier ist ein Clown. Wir vergessen, wie die Tür aufgeht, bis wir sofort durchrennen. Ich weiß, oh mein Gott, oh mein Gott, Mocha, Mocha. Dankeschön, Anton. Sehr gut. Die hat alt вн so. Hier hat auf dem Wort gesagt, nur Problemer. Hahaha. Come. Fres,... meine Magno, da, 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 da. Na, da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt, jetzt, jetzt! Da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Ja, das, da, da, da. Ja, ich wollte. ich war gerade so im Durchschnitt Mann, jetzt geh doch mal weg hier Alter, wo ist der blödes Fitter? Der ist tot Ah ne da oben, da oben ist er Hab ihn Vergesst die Zombies einfach rein, einfach rein Ich komm hier nicht durch Auf rechtsklick einhämmern Wie sieht das denn aus? Ja, hier ist es hier Das ging aber jetzt schnell Lol, ich hab ihr Face doch in dem Fenster gesehen Lol, Coach war besser wie wir alle Cheetah Was soll ich machen, wenn ich die ganze Zeit nur mit ner Pistol draufballer Warte, ich hab der Wutsch das meiste gezogen Ok Untertitelung des ZDF, 2020